Das ist ja so sehen, Lava und Wasser, es gibt Lava und Wasser. Wasser ist definitiv femininer als Lava. Lava ist dementsprechend männlich. Wenn Max Lava holen geht, fühlt sich die Lava Max gegenüber angezogen, weil die Pole der Lava sich dementsprechend Max gegenüber ausrichten. Polen! Was? Ja, manchmal klauen die auch was. Ah, das ist natürlich super. Und diese Lava ist dann dementsprechend homosexuell, weil sie nicht nur mit dem Eimer, mit sich selbst und Max was hat, nein, sondern auch weil sie, keine Ahnung, sie ist es einfach. Weil sie, keine Ahnung, das ist der beste Ding der was. Ja, das ist super, dass du mich hier so toll verteidigen hast. So, hörde, bei mir hat es jetzt auch gestattet. Wir versuchen dann auch den Zanian auf den Server zu kriegen. Oh, das ist ziemlich erotisch. Ja, ist das Server auf Tech-It 065? Äh. Ist das Tech-It Lite? Ja. Ja, Tech-It Lite 065. Ja, Tech-It Lite. Also einfach das aktuellste Tech-It Lite und dann passt er da eigentlich theoretisch. Da sind die alle drauf und ich hab dir ja vorhin geschickt, was wir für Versionen haben. Schinken! Okay. Ich mach Schinken, yeah. Das ist mysteriös. Sag mal, wie ist denn das eigentlich, rein organisatorisch gesehen? Ah, ne. Quatsch. Egal. Ja, genau. Ne, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man einfach Sachen anspricht. Sanian lost connection, lost connection, lost connection. Ja, ich glaub, Sanian ist halt einfach mal am connection losten, oder? Also ich weiß nicht, was jetzt zu analysieren. Why? Ähm, ist halt die andere Frage. Da hast du auch wieder recht, ne? Also es sind so viele Fragen über Fragen. Oh mein Gott, ich glaub, wir sollten das Galileo Mystery Team auf die Sache anhetzen. Shit! Finde ich ne gute Idee. Vielleicht, vielleicht haben wir auch die Illuminaten was damit zu tun. Vom Glitchi, ja, ich auch. Ähm, ja, die muss noch an Interface einrichten. Sie meint, er hat uns aber nicht gesagt, welches sie meint. Warum ne Interface? Was ist das? Ja, du, gute Frage. Gute Frage. Das ist ja wirklich, äh, ist ja nicht, äh, das kannst du ja nicht springen, ey, ab der Kino. Sag mal, was ist denn mit meinem Mikrofon? Mikrofoninterface dafür da hat, zum Drogendeal, ne? Na gut, ähm, kann ja nicht, kann ja nicht angehen. Kann ja, ich hoi, 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 hoi. Einstellungen, Audio. Yay, Samson, perfekt. Samson? Samson, genau. Nicht Samson, sondern Samson. Das ist der Sohn vom Samson. Aber ohne Haar. Ah, das ist ja natürlich super, kann man immer machen. Ah, hier habe ich ja gemeint. Ja, das habe ich auch. Ja. So, weil ich würde... Uhhh! Haben wir das denn mit dem Mikro? Oh nein. Äh, du bist bisher übersteuert, aber da muss ich dazu sagen, ne? Ich? Okay, dann mache ich mich leiser. Aufnahmegeräte. Ich bin geil. Abnahmegeräte. Ja, Pegelaufwunder, kein Wunder. Hör mal, so, jetzt dürfte es besser sein. Das ist super, mein Gott, wie toll. Wer will sich zuerst angepeulen, machen wir eine Warteschlange. Das ist schon im Vorgang, mein Freund. Ja, ernsthaft. Gut. Nee, aber jetzt so... Ah, genau, ihr Schwätzer. Nee, also... Das Problem ist einfach... Aktuell bei mir, dass ich so viel vorhabe, aber dieses Tech-Kit, der überfordert mich einfach so krass schon wieder, dass ich einfach nichts mache. Das ist wahrscheinlich die ganze Zeit wieder irgendein Bullshit. Aber, ah, ich meine, ich muss Strom, hätte ich jetzt mal vorzumachen ganz gerne und dann unter anderem halt mal so schön Maschinenraum einrichten mit Messerator und Generator und dem ganzen Shit. Dann halt irgendwie noch, wo man sein Jetpack aufladen kann und so weiter und so fort mit diesem Geothermal-Gedöns von Lava aus der Hölle und so weiter. Das muss alles noch gemacht werden, aber ich komme noch nicht dazu. Deswegen werde ich jetzt erst mal Erde abbauen. Beziehungsweise, Linus, wollen wir den ganzen Scheiß da unten drin machen, wo wir schon angefangen haben gerade, die Schiene zu starten? Ja, ich wollte den Raum dann auch richtig bauen. Ich wollte ja da diese Etage eines tief oder so, wo dann nicht das Holz kommt. Da soll ja eigentlich ein Maschinenraum hin. Aber ich bin ja noch nicht so weit gekommen da wirklich. Leider. Ah, da muss es ein bisschen tiefer gehen? Genau. Ach, wie cool ist das? Hä, warum stellen wir die Maschinen dann da hinten hin? Darf ich das mal kurz fragen? Äh, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht gebaut hatte und ich noch nicht angefangen hatte. Du bist ja ein blödes Stück Kot. Ja, ich weiß noch nicht. Ne, aber das finde ich cool und ich helfe da gleich mal bei. Beziehungsweise, müssen wir den Berg noch weiter abtragen eigentlich? Okay, dann mache ich das glaube ich erst gleich mal. Ja, muss doch nur eine oder zwei Schichten tiefer. Kann ich gerne machen. Ich habe noch zwei volle Rubber, nee nicht Rubber, zwei volle Saphir Schaufeln. So, jetzt, ich bin noch einmal überlegen, wie wir das jetzt machen mit dem lieben Tanian. Ja, dann überleg du mal. Das ist nicht so ganz mein Ding, das überlegen. Deswegen lass ich dir das mal. Ich bin generell ein bisschen blöd im Kopf. Das ist, das ist nicht, das ist klar. Woher war das? Ich feiere das, ja. Wilhelm Kramer, Alter, super Typ, super Typ. Wer ist dieser Spaß mit Namen Luca? Ja, gute Frage. Ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Gute Frage. Ja, ich habe auch von den witzigen Hater einen Kommentar bekommen. Gestern glaube ich sogar. Achso. Weiß ich nicht. Hey, girls, YouTube-Stories. Folge End. Ne, habe ich gelöscht, weil ich mir dachte so, okay. Lost Connection. Ich dachte mir einfach, okay, wenn wir nicht, weil was soll ich mir denken? Irgendwie, irgendwie. Aber fand ich, fand ich witzig, dass Leute sich so Mühe machen, irgendwie, weil, ich meine. Was machen wir jetzt mit dem Zahn? Mach man. Probier mal, vielleicht ist mein Name falsch eingegeben bei Whitelust. Wenn das schon würde, dann habe ich stehen, ja, nur Whitelust, oder? Keine Ahnung, wenn ich die Connection loste, dann kann die die Information nicht kriegen. Hast du, ähm, irgendwie dein Checket irgendwie schon modifiziert, oder sowas, dass es da irgendwie was nicht geht? Ich habe da Shader und Optify noch zugemacht. Okay, hast du, weil du musst an der JAR verändern, oder ich meine Katze, weil ich meine Katze normal in Singleplayer, aber ich glaube, das hat nicht damit zu tun. Ja, in Singleplayer schon. Das ist natürlich ein Diskinder komisch, muss ich ja sagen, ne? Das ist verwirklich total brutal. Brutal oder eher so unbrutal, weil, du weißt, der Gewalt ist eigentlich so gut. Also ich weiß, Gewalt ist nicht so das Geile, aber ich muss schon sagen, ich stehe da drauf. Was haben wir letztens hier, als wir Erde gepflückt haben, irgendwas mit Kampfstacheln oder sowas? Das war auch so ne, das ist auch der typische Linus rausgepresst, einfach. Wollen wir das gleich nochmal ansprechen, oder? Ne, das ist okay, das können wir ruhig unter uns lassen, unter meiner Aufnahmen halt, aber. Und unter allen Zuschauern und so. Ich hab da sogar einen Kommentar drunter geschrieben, unter die Folge. Ja, das stimmt, aber in letzter Zeit, ohne Spaß, ich muss ehrlich gesagt gestehen, das hab ich in der letzten Folge schon, äh, in der vorletzten Folge schon angesprochen, als ich halt eine gespielt hab, dass ich in letzter Zeit voll am YouTube, äh, YouTube schleifen lassen bin, weil ich einfach in letzter Zeit so viel, keine Ahnung, so viel tu und so viel, keine Ahnung, ich hab voll keine Zeit mehr, allein Videos zu beschriften, das ist voll behindert gerade. Ich hab voll irgendwie, ah, das pisst mich voll an einfach in letzter Zeit. Ich weiß, ich war vorhin übel müde, ich wollte eigentlich schlafen gehen, dachte mir so, ne, fick dich, magst du beschriften, das ist noch ein paar Videos. Ja, ne, ja. Das findest du cool. Morgen Semesterferien, wuh! Das findest du cool. Semesterferien, Alter, wirst du bei dir? Sag mal, sag mal, auf welcher Schule bist du eigentlich, äh, Joe? Ich, äh, studiere. Ja, aber wo? Ach so, äh, in Stuttgart an der HDM, die ist, äh, im Unicampus rein. An der HDM? Was hast du schon gesagt? Ja, ein Maul, HDM. Witzig. Ähm, audiovisuelle Medien studiere ich da. Ah, okay. Weil da, warte, kannst du an der HDM nicht auch, auch so Mathematik gedönst studieren? Äh, eher weniger, also wenn, dann ist das sowas wie Medienmathe oder sowas, also, das ist ja immer auf... Ja, 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 bezogen von daher. Bayo, äh, also ich hab'n Kumpel, also würde ich nun Kumpel, also nicht jemand, den ich so nicht gut kenn, ähm, der studiert auch da an der HDM, das ist doch auch irgendwie witzig, wird zu... sortieren, irgendwie witzig. Ja, da hab' ich jetzt dran, richtig ein rausgehauen, ein Witz, oder das war noch also... Ein witzig... Mal, Betriebs, was machst du, wir grad für tolle Muster eigentlich ?! das weiß ich auch nicht wir können ich bin der Mann Pizzer zu starten keine Ahnung das bringt wahrscheinlich nichts ja ich weiß dass ich muss jetzt die Hälfte der Geräte ist für Kürz mit einem anderen ja das wird natürlich auch ein tolles Leben ja es war ich auch so wenn man das Geld annimmt Prozent werden automatisch die Windows-Sounds leiser oder bis sie generell alles leiser das ist ja mal der Oberschritt der Hammer-Shit das ist bei mir nicht so ich glaube ich hab das irgendwann mal deaktiviert weil mich das genervt hat ja aber ich muss das mal irgendwie machen aber da musst du aber wirklich hammer das ist genau diese Faulheit wenn man immer immer wenn man so oft Shift drücken dann sich übel aufregt über dieses Einrast gedürzt aber das irgendwie nie ändert so ne ja oh mein Gott das ist perfekte Beschreibung ohne Witz das ist bei mir nämlich ganz genau so ich hab das immer noch nicht geändert hast du keine Spitzacke dabei? äh doch dann mach mal lieber Stein weg ich wollte nämlich machen dass wir hier vielleicht diesen kleinen Berg noch lassen und da können wir vielleicht ein Haus oder so drauf bauen später das ist ja mal richtig cool dann mach das dann mach das mal ich bin ja immer schon wenn ich durch die Gegend renne so am am Terraform weil ich hier immer so denke ich so ne also das sieht ja hässlich aus das könnte ich auch mal ausbessern gibt es aber vieles was es hier zu tun ja eben ich glaube die Mauer haben wir schon mal so den Grundriff ja ne da gucken wir gleich mal einfach naja ja ich könnt ja jetzt im Hintergrund kurz die Mario週 Ich hab vorhin dem Max was vorgetüdelt. Getüdelt? Ich hab mitgetüdelt. Na so kann er jetzt auch wieder nicht singen. Das, was ich gemacht hab, das war hier Morrovin. Na ja, das stimmt. Hier hinter dir. Wie los? Ja, ohne Witz, ihr seid so talentiert, da möchte ich am liebsten direkt ejakulieren. So, die Männer kommen einfach mit uns lappen. Ach, was, das ist ja das sehr richtig guter, du. Guten Morgen. Na, es hat geklappt. Ich starte gerade mein Mino-Kopf. Warte mal, ich hab dir gerade die Witte schon gesagt, ich hab gesagt, guten Morgen, aber mein Wein ist gar nicht morgens. Andreas, was sie genommen? Das ist ja nicht mehr. Er hat jetzt zu lange zugehört. Warum kann ich dir keine Fackeln setzen? Ach so, das ist ein halbes... Dinos, ist es dein Ernst, du baust hier mit Half-Steps? Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man kann ja dann diese Maschine immer auf einen Half-Step hochsetzen. Ja, das war meine Idee. Das sieht dann vielleicht episch aus, stimmt. Aber wir müssen das noch viel weiter ausweiten, ne, der Raum, der muss echt groß werden. Ja, deswegen ja, deswegen kann... Ich war noch nicht so weit. Ja, das ist ne gute... Das hab ich grad verstanden, als du geredet hast. Einwand. Yay! What the fuck? Oh mein Gott! Die Methode, wo einfach keiner von denkt, dass es klappt, der hat funktioniert. Was? Welche denn? Ist das dein fucking Serious? Ich pause dich zum Spawn. Ich möchte jetzt aber erstmal mein Texture Pack anmachen. Ja, mach das doch. Nein! Texture Pack hast du gleich wieder... Ja, dann kannst du gleich wieder gehen. Also jetzt hier Texture Pack, also ernsthaft. Ja, du Freundchen! Freundchen! Nicht mit mir. Wie so ein Vater, ey, so... Freundchen! Jetzt isst deine Bohnen auf! Freundchen! Keine Ahnung, sonst sag ich das Mutti und klatsch dir ans Gesicht, wa? Also Mutter, so hier, ne? So warm, 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 klatsch ich dir voll was mit... Wir hatten heute Morgen einfach so voll die Krass... Wir hatten so einen Nachmittagsunterricht, wisst ihr? Und wir hatten so die Rolle... Krass! Nachmittagsunterricht? Nein, nein, mehr auch! Nachmittags... Was ist der Unterricht am Nachmittag, ey? Das ist ja mal gar nicht... Schokia! Schokolade! Das ist mehr als Schokolade, das ist es... Oh mein Gott! Okay, auf jeden Fall, wir hatten dann voll die krasse Vorstellung, wie gesagt... Echt? Und zwar langweilig! Eine krasse Vorstellung! War die krasse oder eher Vorstellung oder was? Ihr mobbt mich gerade, hört auf! Ne, das ist einfach krass für dich, wenn du da so eine Vorstellung hast! Auf jeden Fall, war halt... Hat er dann vorgestellt! Sag mal, Jonas... Jonas, hast du eigentlich auch so ein krasses Audio-Interface daheim? Ne... Nicht? Okay... Also, was ist Linus? Wie kommst du drauf? Wegen autovisuellen Medien und so... Achso, ne, das ist dann alles in der HDM... Ne, ganz ehrlich, HDM einfach... Okay, jetzt erzähl weiter... Ja, jetzt komm doch endlich mal zum Punkt, hör mal! Nein, egal, komm zum Höhepunkt jetzt! Kann sein, dass du tatsächlich jetzt am Spawn bist? Zufällig! Okay, dann bleib mal ganz kurz stehen! Ich muss den Chat... Bleib lange stehen! Bleib lange stehen! Finde ich jetzt gut, wenn du länger stehen kannst, als kurz... Aber der Typ will auch nicht weiterreden, ne? Das ist... Das ist klar! Das ist klar! Jetzt kannst du rauslaufen! Wie kann man den Chat kleiner machen? Ähm... Das musst du in den Einstellungen einstellen! Ob... Ne... Wow! Ja, ne, ey! Da sind alle geschockt! Multiplayer-Settings und dann... Da kotzt ich ja gleich wieder hier! ... und dann das Downstellen, glaub ich, ist es! Oppositi macht bei mir das durchsichtig! Na gut, dann weiß ich nicht! Keine Ahnung! Ich hab mich verklickt! Entschuldigung! Max, was ist los? Ich hab ja... Ich hab ja... Entschuldigung, Max, was ist los? Ich hab ja... Ich hab ja was von dir erstes Mal kurz geklaut! Wow, Digga! Das war ja echt von mir! Auf meiner Ruhe? Ja! Ich... Oh, ich find die cool! Warte mal, werf mal rein! Ich will sehen, wie viel Schaden das macht! Hey, wie viel... Du hast gerade voll viel Schaden bekommen, oder? Ja, mach nochmal! Du hast gerade voll viel Schaden bekommen? Ja, mach nochmal! Wow, nein, wie wert! Echt jetzt? Hier, nimm's alle! So, weil ich nämlich jetzt gerade ein bisschen ausgehoben hab und auch gleich den Part beende, denn ich möchte mich wirklich jetzt ranmachen an dieses Geothermalgedöns, weil ich das irgendwie wichtig find bei meinem Leben, dass ich das jetzt hier mach! Aber, Max, warte noch kurz! Ich will die Brüste anfassen! Meine Lippe sind heute Mittag voll hart geworden! Alles klar! Was habt ihr für Unterhaltung heute? Heute ist da Wurm drin in der Pflege! Äh... Äh... Nee, das war ernsthaft, ich saß da einfach so da... Ernsthaft? Lass darüber diskutieren! Wurde es vielleicht plötzlich kalt oder so? Nee! Jetzt analysieren wir auch noch darüber, warum... Warum ist das... Ja, das muss man jetzt erörtern! Ich finde, das hat hohe Priorität! Hm... Wahrscheinlich, oder? Also, erzähl uns mehr! Wir wollen alle dirty Details! Okay, nee... Kommen wir nochmal zu dieser Vorstellung, die wir heute Mittag hatten! Und zwar war halt so, die Lehrerin wollte halt so... Ja, komm! Der eine Schüler hat so viel Stress gemacht! Ah! Alter! Seit wie vielen Minuten erzählst du jetzt diese Story? Alter! Die Überlegung... Jetzt krieg ich mal! Die Überlegung war halt, dass wir den Schüler rausschicken! Hat er so gemeint, ja... Muss ich dann... Ihr habt zusammen überlegt, ob ihr euren Schüler rausschmeißt? Alter! Voll Asi, eh! Ja, ich weiß! Äh... Ich pack mir jetzt Gesicht, ey! Relativ wenige Leute, leider! Also, er ist an sich ganz chillig und so... Ja, und die Lehrerin macht den auch nie, oder was? Nee! Äh... Was? Ein bisschen unfreundlich und so, aber... Ihr mobbt den immer alle zusammen, oder wie? Ja, genau! Alle Gruppen mobbingen! So, jetzt lass mich doch erzählen, Mann! So... Äh... Äh... Sanja, ich komm übrigens zum Spawn, weil ich dich abholen will, aber ich find den Weg nicht! Ah doch, ich bin gleich da! Okay, kommen wir zurück zur Voraustellung! So, er meinte so, ja, muss ich dann vor die Tür, oder muss ich raus vor's Fenster? Ja, und der Rollladen war halt so... Oh, wie unlustig! Und wir dachten halt so, wenn der dann draußen vor dem Fenster steht, und der Rollladen ist halt so, bis über seine Beine hoch! Und dann steht er da so draußen, und keiner weiß halt, wer es ist, wir wissen, wer es ist, aber er denkt, wir wissen nicht, wer es ist! Und dann packt er auf einmal seinen Penis raus und klatscht ihn so gegen die Fenster-Scheibe! Hä? Fuck! Was? Also, das hat der wirklich gemacht, oder habt ihr das euch vorgestellt? Was hat der jetzt wirklich gemacht? Halt's auf einfach! Nein, das hab ich mir das vorgestellt! Wenn der das draußen steht, vor dem Fenster geschickt wird, und einfach sein Penis gegen die Fenster-Scheibe klatscht! Okay, interessante Vorstellung! Seid ihr irgendwie auf einer Sonderschule oder so? Hat das deine Lehrerin angestiftet, den Gedanken, oder kam was von euch? Von euch! Das ist, ähm, okay! Ich fand ihn das einzigste lustig! Ja, ich kann mir schon bildlich vorstellen, alles jetzt so da, und hört die Grillen, Zirpen... Und Dino ist voll am Ufflash, aber der so richtig hart am wegdänzen einfach! Das ist, äh, das ist witzig, nicht? Das war echt genial, Leute! Aber sonst war das okay! Ja, okay! Aber, aber sonst so rein von den Medikamenten, die du einnehmen musst, ist das noch im grünen Bereich, oder? Ja, also, was heißt grüner Bereich? Nämlich den Farben? Was heißt grüner Bereich? Ja, das ist ja... Okay, Tanir, wo bist denn du? Klärungsbedarf? Am Spawn! Ah, ich bin so voll traurig! Am Spawn! Forever alone! Alone forever! Ich versuch, an die Leiter hochzuklettern, vielleicht schaff ich's ja! Wow! Leute, wo ist er hin? Ja, das könnte bei dir knapp werden! Hä, wo bist du hin? Ich hab grad deinen Namen hier gesehen, jetzt bist du auf einmal weg! Versteck mich! Hä? Ups, ich hab grad so ein Stück von Lissys Haus explodieren lassen! Aha! Upsi! Upsi! Was? Siehst du mich nicht? Warte, 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 meinst du ein Haus? Du hast grad auf mich drauf geguckt! Hä? Ach man, Linus, du bist mir so ein Kerl, wa? Das ist, das ist klar! Das ist klar! So! Bei dir kam man nur den Kopf schütteln! Bei dir kam man! Hä? Wo wir... Ah, hi! Okay! Hast du schon angefangen mit aufnehmen? Nein! Weil ich mein Texture Pack grad nicht habe! Das ist... Ich wollte loslaufen Richtung unser Zuhause mit dir! Alles! Ist die Sonne am Blenden grad? Legt mich am Gesicht, hä! Und warte mal! Leute, Leute! Ihr müsst mir ganz kurz zuhören! Ne! Wir haben ihn noch nicht... Der steht noch nicht auf dem Board, ne? Ja, genau! Oh mein Gott! Das war wieder jetzt Pixelkuchen, äh... Vorübergehend... Vielleicht für kurze Zeit, er hat ja gesagt, er will wiederkommen von dem her... Ja, mach das mal! Achso... Hä, was? Ja, mach den, kick den mal weg und mach dann mal den Namen von ihm hin! Von Tanja? Ne, von mir! Mach zwei Schöne von... Von Priance! Was? Hör, hör, hör! Hör, hör, hör! Hör, hör, hör! Okay... So, deswegen haut rein, geht kacken und wisst, spült immer danach. Und Händewaschen nicht vergessen. Das Ding ist ja, das ist einfach so ein Bullshit, was man einfach so kurz labert. Ja, schon, also bei dir aber irgendwie normal. Die Leute können freihändig pinkeln, Alter. Ja. Genau, damit dann auch, also... So eine Pause erstmal. Genau. Tschüss, Leute von Max. Das war zu spät, mein Freund. Echt jetzt? Schreibst du jetzt nochmal extra, oder? Take it Max Linus. Zanian. 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 Alles klar. Was bitte? Mann, Mann, Mann. Aber wann kommt denn die Liste endlich? Das war's jetzt auch bei mir, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Bitte sagt... Hallo, Freunde. Da fängt schon wieder ein. Ich kenne es nicht. Immer noch. Tschüss jetzt.